Ne, was willst du denn hier? Moin Udo! Moin. Was trägt mit mir an den Arsch? Was willst du hier? Überraschungsbesuch, oder was? Ja, ja, willst du anfangen? Ne, du kannst dich gleich mit euch schleppen. Der Tag fing so schön an. Ich konnte nach Hause fahren. Hätte ich das mal nicht in eine Gruppe geschrieben, dann hättest du hier auch nicht gestanden. Ein Tag mit Udo. Bei Udo zu Hause. Ich war lange nicht mehr hier. Ey, du, gleich, wenn du mit reinkommst, du packst mir keinen Kühlschrank an und wartest auf meine Anweisung. Ich frag dich denn. Das hat ja deine Brille. Ich seh auch nichts mehr. Es regnet. Du hast das Holz schon wieder ergaunert, Udo. Hab ich gekauft. Sei ehrlich. Hab ich gekauft. Ich hab noch eine kurze Frage zum Haus. Ja, warte. So, ich seh dich. Was ist denn? Bienchens Deko wird ja ganz nass hier mit den Kissen im Regen. Das lässt man ruhig nass werden. Das ist so ein Kissen, das nass wird. Und ich hab noch was gesehen. Was denn? Du hast ja einen Kaktus vorm Haus. Wo hab ich einen Kaktus vorm Haus? Wo hast du den euren Kaktus denn her? Der ist kein Kaktus. Jawohl, guck doch, der hat doch hier Spitzen. Ja, das ist so eine Art Tanne ist das. Mit Spitzen? Ja, mit Spitzen. Das ist eine Edeltanne ist das. Die hab ich jetzt... Die sieht aber nicht so edel aus. Die haben wir... Sieht ein bisschen verkümmert aus. Nee, die ist nicht verkümmert. Die haben wir gepflanzt, als wir damals das Haus gekauft haben. Wie groß war die da? Da war die so. Das ist ungelogen. Und wie groß ist sie jetzt? Der guck doch selber. Du bist doch so ein Traum. Du bist doch verscheuert. Das ist doch nicht normal. Du nimmst jetzt... Hör auf mit... Der Hund, der hört das tausendmal mehr. Der war ja im Haus. Hallo, Papas Junge. Moin, Papas Junge. Der sieht immer noch aus wie ein Feldknäuer mit Augen. Aus. Du musst bitte jetzt abtreten. Wir haben das nicht gemacht. Ich kann doch nicht filmen und gleichzeitig abtreten. Wer geht's hier? Du tust jetzt abtreten. Udo, mach doch im Licht an für die Romantik hier. Ich romantik dir gleich ein. Wie wohnt ein Udo Tesch? Nee. Ich möchte nicht, dass du die ganze Wohnung ziehst. Das habe ich noch nie gemacht. So, gut. Was hast du denn hier alles? Mach mal Licht an. Das ist meine alte Küche. Das ist jetzt unser Wirtschaftsraum. Guck mal, was ist das denn hier? Das Waffeleisen, wenn ich mein Sportlust gehabt habe. Oh, hier. Autogrammkarten. Udo Wilke. Immer griffbereit. Ja, weil ich ja auch Fanpost hier sind die anderen Sachen. Wo ist Bündchen? Bündchen ist Arbeiten. Oh. So. So, jetzt wollen wir einen Kaffee trinken. Ja. Gut. Dann komm her. Alexa, erste Steckdose an. Hä? Wieso? Ja, ein bisschen Licht ist noch ein bisschen Romantik für uns beiden. Alexa, erste Steckdose aus. Sie sind unglücklich. Alexa, dreh auf. Dreh auf von We Butter, the bread with butter. Auf Amazon Lise. Alexa, erste Stufe. Geil. Wie lange war ich hier nicht mehr drin? Da war die alte Küche noch drin. Ja. Zeig mal den Kühlschrank her. Nee. Doch. Ich hab dir gesagt, nein, das möchte ich nicht. Einfach ihm zeigen, was ein Udo-Tesch im Kühlschrank hat. Doch. Nein. Doch. Nein. Udo. Nein. Was hat ein Udo-Tesch im Kühlschrank? Gar nichts. So, du bleibst da weg vom Kühlschrank. Setz dich da hin. Du kriegst jetzt einen Kaffee. Jawohl, zeig doch erst eben, was ein Kühlschrank hat. Ich mach das Kaffee an. Papas Junge muss nämlich Pipi jetzt. Hallo, mein Junge. Hallo. Das ist ein Papa Junge. Musst du Pipi machen? Dann geh mal hin. Geh mal hin. So, jetzt zeig ihm. Ich will doch nur... Ich... Du machst jetzt auf. Nur ein Stück. Nein, das will ich nicht. Nein. Doch. Nein. Du kannst den Weihnachtsbaum zeigen. Wo ist der? Ja, Kamera aus, komm mit. Wo den Weihnachtsbaum? Ja, wo ist der? Hast du ihn selber geschmückt oder Bienchen? Guck mal, Udo, da hängt deine Zöld-Neureichenjacke. Das hat unser Enkelkind gemacht. Mach mal Licht an. Saki normal. Hier habt ihr ganz schön umgebaut, ne? Ne, haben wir nicht. Hier riecht das aber gut drin, Udo. Ja. Was? Das hat unser Enkelkind gemacht. Hier riecht das gut drin. Das ist aber alles umgestellt. Das letzte Mal, als ich hier war, stand das da hinten. Ja, das haben wir nur Essen. Von wem hast du das wieder umsonst gekriegt? Das hat er sich gekauft. So, da vorne, das ist Udos private Reizdarm-Toilette. Du stehst um 4 Uhr auf. Richtig. Dann machst du dir immer Marmalade-Brot. Richtig. Und Joghurt. Und Joghurt. Und dann trinke ich einen Kaffee. Ja. Und danach gehe ich einen rauchen. Dann geht er mit raus. Dann macht der Pipi. Dann kommt er wieder rein. Dann kriegt er so eine kleine Wurst. Und ja, dann... Fährst du zum Meyerwef? Hast du Meyerwef Arbeitskleidung hier? Nein. Hast du ein Foto von dir hier, von der Meyerwef? Nein. Hast du eine Urkunde oder so von der Meyerwef hier? Ja. Hast du hier irgendwo hängen? Ja. Das ist ja interessant, finde ich. Ja. Dann kommen wir mit. Du wurdest doch letztens geehrt. Das ist aber IG Metall Jubiläum gewesen. Meine Urkunde. Urkunde Schweißer des Jahrhunderts, habe ich gehört. Nein. Was denn? Udo, hier hast du ja auch lange nicht aufgeräumt, ne? Nein. Guck mal hier. Was hier für Trikots hängen. Was denn? Hier. Kriegt er alles geschenkt. Wo hast du das Freiburg-Trikot her? Habe ich geschenkt gekriegt. Wo hast du das Frankfurt-Trikot her? Habe ich geschenkt gekriegt. Das Bayer-Trikot. Das habe ich mir selber gekauft. Pauli? So, und wo ist die Urkunde? Die Urkunde hängt hier. Ui. 25 Jahre. Das ist aber ja schon länger her. Richtig. Und das ist... Oh, das Licht hier ist richtig kacke, Udo. Ja, was soll ich denn machen, wenn ich nicht mehr Licht habe? Ja, das ist ja alle am Flackern hier im Hintergrund. Da hängen doch hier immer vernünftige Lampen hin oder was. Das ist ja gar keine... Guck mal, wie das flackert. Das ist auch ja eine Partybude. Achso, dann muss das Licht flackern. Ja. Satan flackert das. Also hier kannst du ja nicht filmen. Gut. Dann flackern wir wieder rein. Da hängen ja noch mehr Trikots. Ja, von Ausbruch. Du kriegst die alle geschenkt. Von Union, von Kruse. Da war ja noch bei Union. Guto, das nicht flackert. Das ist nicht schön. Oh, dann geh ich raus und dann flackert das nicht mehr. Mein Gott, nicht. Sag ihn doch mal. Ja, ja, das ist normal. Guck mal, da ist die Mauer, die du schwarz mauern hast. Nee, die habe ich nicht schwarz mauern lassen. Das ist aber ein Prachtstück, Guto. Was? Das hier. Ja. Junge. Kann man sich dagegen lehnen? Ach, danke. Was denn? Ich frage doch die. Ja, das kann man. Was hast du da schwarz für bezahlt? Das habe ich nicht schwarz machen lassen. Das habe ich richtig über Papiere gelassen. Und die Hütte, die du da gebaut hast, ne? Die Hütte? Da hatte du so Stress mit dem Katasteramt. Jawohl. Die Hütte, die stand da ja schon. Ich habe es ja so gekauft. Und dann hat Katasteramt eingetragen. Ja, das ist im Grundbuch eingetragen, aber nicht beim Katasteramt. Und dann heißt... Musst du Strafe bezahlt? Ja, ich muss, nee. Ich musste keine Strafe bezahlen. Das ist neu ausgemessen worden. Und dann musste ich da, glaube ich, 300, ein bisschen über 300 Euro für die Ausmessung bezahlen. Aber man sieht, der Rasen ist hier ja auch genauso gepflegt wie auf dem Fußballplatz. Nee, das ist komplett hinüber. Wir haben den Eumel hier drin. Das ist jetzt ungelogen. Der Eumel interessiert nicht nur auf dem Sportplatz. Er hat hier richtig gewütet. Auch in der Nachbarschaft. Und ja, ist Pech. Nur du lebst ganz normal. Wie jeder andere auch. Richtig. Kein großer Luxus. Nee, haben wir auch nicht. Wir haben keinen großen Luxus. Außer die Kaffeemaschine. Die ist schon sehr lustig. Die Kaffeemaschine, die habe ich drei Jahre auf dem Dachboden gehabt. Und da fehlte die Küche noch. Da haben wir immer gesagt, wir kriegen mal eine neue Küche. Und die haben uns dann ja jetzt dieses Jahr einbauen lassen mit ganz viel Liebe. Drei Mal Kaffee gehen. Ja, das ist wichtig. Das haben wir uns selber ausprobiert. Hast du eine Romantik-Playlist dabei angehabt? Nein. Und dann haben wir das uns machen lassen. Guck, und hier bin ich, hier habe ich Jubiläum gehabt. Was für ein Jubiläum. Das war jetzt das letzte, ne? Das war das letzte Jubiläum. Ist Bernhard Mayer da mit drauf? Nein, der ist ja nicht in IG Metall. Das ist doch Arbeitgeberverband. Das war jetzt gerade, ne? Ja. Wie lange bist du jetzt bei Mayer? Ich bin jetzt bei Mayer. Das lässt mich nicht lügen. Ich bin 86 fest eingestellt worden. Also kannst du... Ja, und dann ging es rapide Bergabend mit der Firma. Ja, nee. Guck, und das ist meine Erinnerung an die Goldene Henne. Ja, für alle Leute, die es nicht wissen, Udo und ich haben ja mal den größten Publikumspreis Deutschlands gewonnen. Die Goldene Henne 2019. Ja. Und die steht hier oben immer... Also Satan, da war ich auch noch einen dünnen Herring. Ja, ja. Da hast du 30 Kilo abgenommen. Und jetzt nicht nie wieder. Da hast du nämlich zu mir gesagt, ich glaube, du bist zwei Monate vorher angefangen, weil wir nominiert waren. Da hast du gesagt, ich muss da runter von meinem Gebet. Und ich habe noch nie einen Typen so gesehen, der so rapide gehungert hat. Nee, gehungert habe ich nicht. Nee, gehungert nicht, aber dass du... Ja. Pampas, Junge, wenn du wohnst. Ja. Ich bin zweimal täglich ins Fitnessstudio, morgens im Abend. Ja, und abends habe ich nur vegetarisch ernährt. Richtig. Und du hast wirklich, ich glaube, knapp 30 Kilo da verloren. Ja. Und jetzt wolltest du es ja nochmal wieder. Ja, genau. Weil du wolltest in deinen Anzug nochmal wieder reinpassen. Ja. Ich hatte den nochmal an, Weihnachten 2021, dann musste sie mich danach wiederbeleben. Ja. War das ziemlich eng wohl, ne? Und der ist angefertigt worden. Also angefertigt, den hast du. Ich bin losgegangen, hab mir einen Anzug gekauft. Und dann bist du eine Woche später auch hingegangen und hast dir eins zu eins denselben Anzug mit selben Schuhen mit allem drum und dran gekauft. Ja, aber das kam ja durch Zufall. Ja, das war purer Zufall. Weil du zu mir geschrieben hast, die doch zu Wilberst, darf ich ja ruhig sagen, zu den Laden. Und, äh, ja. Wie lange dauert das eigentlich, bis man hier einen Kaffee bekommt? Ach so, ja, gut. Du trinkst hier aus so einem Königskrug 18 Liter Kaffee. Nee, 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 nee. Das ist nur Tropf. Ach so. Ach so. So, möchtest du mal die Kanada-Tasse haben, die ich... Die hab ich dir aus Kanada mitgebracht. Richtig. Bring ja immer Geschenke mit. Richtig. Was willst du, einen großen oder einen kleinen? Einen kleinen. Gut. Außer dem Bienchen ist nicht sauer. Bienchen, wenn ich hier war, hab ich immer Kekse gekippt. Ja. Das ist aber schön. Das ist aber modern. Das, so ein Schraub. Mach das doch mal. Wie ist das denn technisch gelöst? Sag die nochmal. Weißt du, wo wir auch mal filmen müssen? Nee. Bei Dietmar zu Hause mit Lori. Ja. Lori schmeißt uns hoch, dann wieder raus. Nee, ist schon was Schönes. Also bei Bienchen war das immer schöner, wenn ich hier war. Da stand Kekse auf dem Tisch. Bei dir ist ja nichts organisiert. Ich will ja gar keinen Keks. Ey, du kannst nicht, hau dir den Keks durch deinem Ohr zu. Um die Geste. So, er muss ihn. Komm mal. Wann hast du das Haus in Kauf mit Bienchen? Wir sind jetzt elf Jahre haben wir das Haus. Da bei den Leuten, das ist ein Schnapper gewesen, das Haus. Ja. 140.000, glaube ich. Mit allen drum und drum. Und was sind heutzutage die Preise hier? Also wenn ich das Haus hier jetzt, ich würde es, glaube ich, so leicht und locker 230.000, 240.000. Und Udo Teschbonus, du kannst ja noch auf den Glasscheiben unterschreiben. Ja, in der Hinsicht bin ich ganz einfach. Ich habe keine Star-Anliegen oder irgendwas anderes. Ich bin der. Weißt du, alle, wenn du, sagen wir immer, wir sind Millionäre. Ja. Nein, dann würde ich nicht jeden Tag zur Wehr fahren. Das ist einfach das, was mir Spaß macht. Mit dir zusammen zu arbeiten, Blödsinn zu machen. Und ich fahre ihm schnell aus der Haut. Ich habe dir gestern ja ein Foto geschickt von unserem ersten Platzfahrt. Das weißt du? Ja, da wollen wir noch ein extra Video zu machen. Ja, richtig. Und dann zeige ich euch mal, also der war einmalig, der hatte das alles super im Griff. Und wir als Kinder, wenn wir dann Stunde eher auf der Sportanlage waren, hat mir richtig Dampf gekriegt von ihm. Ja, aber da müssen wir noch ein extra Video zu machen. Papas Junge fällt neu mit Augen. Ja. Papas Junge ist so geil. Ja, er ist mein Herbst, glaube ich, ist das. Na, bin ich jetzt. Ne? Wir haben ihn jetzt auch fast 10 Jahre. Ja, wir gehen gleich. Er ist auch, er ist auch ein Besonderer, ne? Ja. Ja, wir haben ihn damals als Welten gekriegt. Er gehört ja eigentlich gar nicht uns, sondern mein Stiefsohn. Aber der ist ja hier ein bisschen groß geworden. Haben wir gesagt, jetzt nochmal wieder verpflanzen in einem neuen Haus. Nein. Papas Junge bleibt hier. Und Papas Junge bleibt hier. Du wohnst ja auch in einer gefährlichen Gegend. Wieso? Das ist einfach gefährlich hier, deswegen hast du ja auch ein Wachhund, ne? Du hast so einen an der Waffel. Du bist halt mal mit, dass er mal so ein bisschen zwischenzeilen ließ. Einen gefährlichen Kaktus vorm Haus. Hast du einen an der Waffel oder was? Ich wohne jetzt sowas von schön, das glaubst du gar nicht. Du wohnst vielleicht da in den Wallachutten, wo alle 5000 Meter mein Haus kommt. Udo, keine Aggression am frühen Morgen. Nee. Und Prügel, ein bisschen Prügel früher. Hätte dir nicht geschadet, echt nicht. Aber du bist immer so durchs Leben geschlendert, so. Wie ein Aal. Wie ein Aal, ja, genau. Und Kai Pflaumann ist als Aal bezeichnet. Und selber warst du der Aal. Nicht einfach wegfahren. Du wolltest mit Holz anpacken. Nee, kann ich nicht. Wieso nicht? Ich muss doch filmen. Ja, aber du kannst jetzt die Kamera ausmachen und dann packst du erst mit dem Holzband und dann kannst du ja los. Ich kann ja so einfach sagen, ich mach das und mach das nicht und mach die Kamera aus. Danke für die Rundführung, Udo. Ja. Aber mit dem Eumel, da müssen wir nochmal was machen bei dir im Garten. Ja, das wird auch jetzt im... Ich helfe dir, ich mach das wohl. Ja, ja, gut. Dann kriegst du die Schaufel in der Hand. Und du brauchst nicht sagen, ich fehlen. Dann kriegst du die Schaufel in der Hand. So, wünsche dir einen schönen Tag. Wir sehen uns später, ne? Ja, ja. Tschüss. Tschüss. Mach mal richtig dramatisch die Tür zu. So, hau an. Tschüss. Tschüss, Udo. Scheiße, der ist wieder weg. Jimmy, wir können jetzt unsere Ruhe haben. Der ist weg.